Liebe MTPler, wir sind begeistert von euren Anwältezahlen für unsere Geschäftsstellenversammlung und möchten euch dazu einladen, uns bei der Organisation zu helfen. Wie ihr wisst, sind wir ein Team, welches sich über alle Geschäftsstellen verteilt hat und jeder hat die Möglichkeit, bei uns mitzumachen. Und wenn ihr im Helferteam dabei sein möchtet, dann meldet euch bitte bei mir oder bei der Anna und dann könnt ihr selber mithelfen, die Geschäftsstellenversammlung zu organisieren und Erfahrungen zu machen, die ihr in eurer Geschäftsstelle so vielleicht gar nicht machen könntet. Die größten Erfahrungen, die ihr jetzt bei uns machen könnt, ist einmal bei der Akquise. Da sind wir gerade mittendrin und am Durchstarten. Und wenn ihr Lust habt, hier noch ein bisschen was mitzunehmen von uns, dann joint us. Und ansonsten die andere Option, wenn ihr bei dem Event-Team mithelfen wollt, die besten Partys des Jahres zu organisieren, meldet euch auch bei uns. Wir freuen uns auf euch und bis bald. Ich bin eine große Frage. Ich bin ein bisschen was. Ich bin ein bisschen was. Vielen Dank.